Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokemon X im Zeichner Wonderlog Challenge! Beim letzten Mal haben wir hier die Route angefangen und werden direkt wieder vom Trainer angesprungen. Mein Blas ist geleert, mein Ei auf dem Handy ausgebrütelt. So lange sitze ich hier schon und irgendwie, wie geil, läuft man allein. Ach, Spalmhaus habe ich von gut. Ja, so kann das immer laufen, Leute, da beschwere ich mich nicht drüber. Äh, wenn ich doch lieber direkt Fliegen machen sollen. Aber wer ist dann instant gestorben? Legersauger. Wer nicht, bin paralysiert. Wetten? Nein! Wow. Max Roll, Max Roll! Und Level 40, auch noch nicht, weil... Boah, es... Initiativen-Monster. Yo. Du bist toll gewesen, ich habe sehr gerne gegen dich gekämpft. Äh, ich muss aber die Para heilen. Habe ich auch noch. Ich habe alles, Leute, ich habe alles. Schaffe Level 48 vor der nächsten Arena überhaupt? Ich glaube, wir werden wieder maßlos underleveled sein. Aber dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwo x Items kriegen kann, weil damit kann man ja gut, ähm, Gegner auskontern. Ich weiß gar nicht, was ist denn die nächste Arena für ein Typ? Warte. Ich habe keinen Zertrümmerer, ne? Ah, jetzt muss ich Zertrümmerer jemanden beibringen. Oh, ich kriege zu viel. Weil ich kann solche Sachen nicht einfach liegen lassen, Leute. Aber wem? Hier, du hast das Schutzschild von mir. Das kann ich dir immer wieder beibringen. Im Moment brauchst du das ja nicht. Das ist okay. Kling. Super. Hauen wir mal die Wand hier kaputt. Los, Lai Morg. Spring an die Wand. Matsch die weg. Ja, Säure. Set Säure ein. Ein Protein. 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 Zu geil. Jetzt gibt es so Dinge, da kann man sich echt zu tief drüber kaputt lachen. Haben wir schon Kaskade? Ich glaube nicht, ne? Tauchen die Steine mal wieder auf. Ich vermag es, äh, ja. Ähm, sortieren wir eben die Sachen nach. Ähm, ja. Hä? Warte mal. So. Ne, haben wir noch nicht. Ich habe auch gerade... Ich habe gerade gar kein Bild. So, habe ich noch keine Kaskade? Soll ich die nur vergessen? Nein, das war mag ich zu bezweifeln. Ich vergesse doch nicht einfach Kaskade. Hallo, Leute. Will ich da in den Kampf rein? Eigentlich ja, ich brauche die Erfahrungspunkte. Ich brauche einen Schluck zu trinken. Dum, 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 dum. Shit. Hm. Die Schwester. Rüstzecklinie und Proette. Flug und Geist. und Fee. Okay, du kannst mal eben auf ihn und du gehst mal auf beide, ne? Komm, wir haben einen Zauberschein. Warum nicht? Okay, ist schon erledigt. Wow, das ging jetzt hart. Hart ab hier. Trifft er zu einem, macht also mehr Schaden. Ja, das war lächerlich. Ne, Rückkehr brauche ich gar nicht machen. Dann lieber Eroas. Weil Rückkehr würde nicht treffen. Ein Geist-Pokémon. Es hat überlebt. Ich fasse es ja nicht. Ich brauche mir eine fünftige Flugattacke. Aeroas ist schon geil, weil es immer trifft, aber naja. Wie oft kommt man denn in die Bredouille? Sag ich mal so. So, beide haben sich gut geschlagen. Tolles Team. Passt bei euch. Läuft bei euch. Alter Schwede, wir rennen hier richtig durch, durchs Spiel. Das ist geil. Zepi Royale und Slymog ist endlich mal wieder dran. Wow. So viele Pokémon, die eigentlich noch Items brauchen. Polo Nachricht. Was sitzt du jetzt? Mega werden fest, ist es kurz wie vorgekommen Kräfte an die Pokémon. Was denkst du? Schlimmer, die Kräfte. Warum erzählt ihr mir das? Das ist doch so Wayne. Oh, ich muss echt Schutz benutzen. Nein, ich will nicht kämpfen. Raus. Raus aus dem Kampf. Ah, Mann, das war doch nur eine Drehung. Äh, nein, mach, nein. Machinaien. Es freut sich der Chimaria. Dankeschön. Und wie viel senkt Bedroher eigentlich den Angriff? Um eins einfach nur? Oder ist das dann wirklich um 50%? Ich nutze jetzt den Schutz, das ist mir gerade echt zu blöd hier. Ich bewege mich ein paar Schritte und will eigentlich nur das Item suchen. Ja, und dann sowas. Ja, jetzt hat er am besten noch einen Pokémon auftauchen müssen. Genau dann, wenn ich einen Schritt vorgehe. Schutzband, wo haben wir es denn? So viel haben wir aber gar nicht. Verstehe ich nicht. Man schalt den Wasserfall hoch. Macho Band. Oder Macho Band. Alles volle Items hier, aber ich kriege sie nicht. Ich höre Stimmen. Wie sie mich anguckt. Wieso hast du denn jetzt? Ach, ein Pokémon ist bei Pokémon-Go aufgetaucht. Wie habe ich denn vorne? Serpy Royale, du machst das schon. Ich glaube fest an dich. Irgendwie gibt es hier auch noch unterirdische Gänge und so. Lichtelmann. Was soll denn das jetzt? Gerade Lichtel wollte ich eigentlich nicht haben. Kannst du voll vergessen. Scheiße. Landuan. Komm mal. Hey, komm mal her. Landuan, komm mal her. Was ist denn los bei dir, hä? Hast du Probleme? Brrde. Er macht Brrde. Merde. Volltreffer. Wow. Du bist ja toll. Nicht. So. Mythodos. Mythodos. Sag, bin ich blöd? Ich vernehme die ganze Zeit Geräusche, dass sie irgendjemand im Haus ist. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Echt. Ach hier, Psycho. Toll, da bin ich ja richtig gut reingewechselt. Nee, da bleib ich nicht drin. Da hätte ich mit Landtuhren drinbleiben können. Ampelleuchte. Hallo. Was ist da los in deiner Welt? Ja, damit hängst du mir sogar nicht. Verdammt. Ampelleuchte in dein Gesicht. Echt. Peng. Oh. Autsch. Alter, Landtuhren. Mach's doch nicht so spannend. Mach's dein Battle. Oh mein Gott. Fuihui. Und Slime-Bug Level 41. All Level 41. Hexe ist besiegt. Ja, du bist auch eine Hexe. Guck dir mal an. Ich habe das Gefühl, mir gehen langsam die Highlight-Items aus. Ich hätte eigentlich nochmal einkaufen müssen. Fünf Stück habe ich noch. Eben mal die gröbsten Wunden versorgen. So. Ja, das ist die ganze Zeit immer auf dem Parkplatz, wie das klingt. X-Abwehr. Yay, das können wir immer gut gebrauchen. Oh yeah. So, das Item hier oben haben wir. Der sagt, irgendwo da hinten ist ein Item, aber das muss dann echt... Da will ich hier echt rein. Ah, und direkt in Doppelkampf reingerannt. Verdammt. Dum, dum, dum. Ein Gift und ein Kampf-Pokémon. Ähm... Serpy Royale ist da ganz schön fehl am Platz. Kampf und Gift. Landtun kann gegen beides was machen. Und Slimer kann eigentlich drin bleiben, glaube ich. Gleiche Schaufler. Serpy Royale ist da ganz schlecht. Das wäre ein sicherer Tod. Toxin. Toll. Aha. Wollt ihr jetzt verschwören gegen Slymog? Vergift euch das selbst. Aber erstmal müssen wir das Kampf-Pokémon wegkriegen. Das ist das Wichtigste. Deswegen habe ich Landtun rein geholt wegen Zauberschein. Das trifft sogar beide. Ich meine, gegen hier. Die Pony-Toxel, das heißt, bringt das nicht viel? Mach auch noch ein Crit. Ist okay. Aber Pandago kriegt eben verdammt dicken Schaden. Ich habe ein Trip-Genesung. Ich habe ein Trip-Genesung. Wenn sie das Land tun gleich Geschichte. Ja. Du machst mal Schlammbuge, bitte. Wen habe ich da jetzt reingeholt? Oh, zum Glück. Der kriegt ja nichts ab davon, das ist gut. Ja, wie die sich einfach mal zusammenraufen, ne? Oh ja, genau. Ist okay. Hallo? Ihhh, alle angerotzt. So, weg damit. Okay. Oh je, dieser Doppelkampf hier, der kann das Genick brechen. Echt. Slammog kann sich das selber heilen, das ist supergeil. Das gefällt mir gut. So, du kannst mal hier, was machst du gegen den Feuerzahn? Einfach, weil du es kannst und du machst mal. Giftieb, komm. Ja, das war sehr clever. Peng. Hat überle... Friss ruhig mal eine Zeit auf, Alter. Geht gar nicht. Äh, hallo? Sag mal, seid ihr jetzt alle doof, oder was? Da ist noch ein Pokémon vor euch mit einem KP. Okay. Beim Matchbombe schreckt der Gegner zurück. Ist das dein Ernst? Das ist mir echt neu. Das wusste ich noch nicht. Oder habe ich da jetzt eine falsche Attacke gelesen? Wir kommen bald in diese Glitzerhülle, glaube ich. Alle angeschlagen. Ey, das ist so heftig. Boah, fuck. Boah, heftig. Was anderes fällt mir gerade echt nicht ein. So, 42, 42, okay. Junge, Junge. Aber Leute, das war es für heute. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Und schalte wieder mit dem Sides Let's Play Pokémon X und Zeichner Wonderlog Challenge. Ciao, 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 ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer der Goku Senpai.